Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute! So, wir gehen mal hier auf die Insel rüber. Hier steht zwar daneben Quest Stufe 17. Ich bin ja erst Stufe 13, aber wir probieren es einfach mal. Gibt es auf jeden Fall einen Aussichtspunkt. Ups, haben wir ein bisschen angefangen. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Okay, dann kann man hier einen Schatz plündern. Verlorene Krypta, okay. Das hört sich schon mal vielversprechend an. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwelche komischen... Okay, dann muss ich mal einen Eingang finden von der Krypta. Okay, hier ist eine Quest. Schatzpläne, wir gehen jetzt erst mal dorthin. Schauen, wo hier der Eingang ist. Da liegt die Bunden irgendwo. Hier ist schon jetzt runter zu gehen. Uah! Okay. Okay, einen schönen Bogen. Gern mal, gerne mal ausrüsten. Den hier. Er macht ein bisschen mehr Damage. Okay, einen ersten Schatz haben wir halt damit. Schauen wir doch mal, ob wir den zweiten auch finden. Wahrscheinlich die oben irgendwo sein. Oder das ist halt nur das Hauptmissionsziel. Gibt's hier noch was im Boden? Okay, hier ist die Quest. Die nehmen wir aber noch nicht an. Irgendwomit muss hier noch ein Schatz sein. Okay, den haben wir gelootet. Okay, hier scheint nichts besser zu sein. Mal schauen, vielleicht gibt's hier irgendwo noch einen Eingang oder so. Oder kann ich da noch mal rein ins Loch irgendwas kaputt machen? Dass es da vielleicht noch einen Weg gibt. Sagen wir schon noch mal rein. Aber hier ist ja nichts mehr, oder? Ne. Aber wir haben was vergessen gehabt. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier ist ja nichts mehr zu sein. Hä? Hä? Wo soll der denn sein? Da ist das Loch. Da ist das Loch. Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. War das eine grausame Zeremonie? Hier ist viel Blut. Wie nach einem Gemetzel. Aber es wurden schon viele der Spuren verwischt. Hier gibt's was? Reste einer Nachricht. Es fehlt einfach zu viel. Hier ist viel Blut. Sag mit, die Göttin der Jäger. Hier sind einige Kratzer. Über dem Bauch der Statue. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Was hat das? Wann? Wann? Okay, der hat mir nichts gegeben. Hopp. Ah. Der Deckel eines Sarkophages. Hier war ein Symbol, aber zu beschädigt, um es zu erkennen. Okay. Noch was? Ah, hier. Überreste von Fleisch und Blut. Hier war eine Leiche, doch die Krokodile haben sie verschlungen. Beunruhigend. Hätte ich mehr Informationen, könnte ich das besser verstehen. Da ihn ein Krokodil gefressen hat, werde ich nach anderen ungewöhnlichen Dingen Ausschau halten. Man untersucht Ritualstätten in der Welt. Okay, ich muss, das ist so eine Sammelquest ist es anscheinend. Okay, da gibt es hier nicht mehr oder was. Da gibt es anscheinend nur so Zeug zum Plündern. Ich denke mal, das wird komplett in der Welt sein. Okay, hier zeigt es mir jetzt aber nichts an. Könnte man das Fragezeichen höchstens noch machen hier? Der wäre schlecht raufkommen. Okay, dann würde ich sagen... Okay, die Quest ist schon wieder vorbei. Aber hier wäre halt auch noch ein Aussichtspunkt, gell? Ganz schöner Weg dorthin, aber... Ich würde sagen, den holen wir uns trotzdem mal. Boah, da kommen wir ja schlecht runter, als... Irgend so ein Boot krallen oder so. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Boot. Was? Guck mal, da kommen wir. Hier hört dann Gott sei Dank nicht so viel aus. Ah, das wollte ich. Ich würde jetzt gerade bei uns ein kleines Schiff hier schnappen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Halt! Hey! Ich hab das Ziel in Sicht! Ich hab das Ziel in Sicht! Bäm! 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 Wir können mal mal Pfeile tanken. Okay. Wir müssen mal den Link heraus. Boah! Stopp, muss gehen hier. Stopp. 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 Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Krokodile kommen oder sowas. Was? Was? So, wir rufen mal unser schönes Kamel. Dann lassen wir die mal rennen, weil... Das haben wir ein bisschen blöd gemacht, dass der so komische 90-Grad-Kurven auf einmal macht. Da könnte er eigentlich... Direkt hinrennen. Ja, das lassen wir jetzt mal. Wir werden da nicht hinterher rennen, oder? Ne. Boah, das sind ja Pyramiden. Die haben wir natürlich... Wo rennt denn der überhaupt hin? Was rennt denn mal? Was machst du denn? Da musst du lang. Neue Region entdeckt. Boah, okay. Ich bin komplett in den Höhenhaufen reingerannt. Okay, liegt mitten... Schiff in der Wüste. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Hier gibt's hier noch was. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Cool gemacht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu dem Fraugezeichen. Das wird genau da vorne sein. Ah, ich schätze mal, das ist Hyäen-Lager oder sowas, oder? Ein Spot von dem Hyäen. Ah, ein Stein-Kreis. Wow. Okay. Okay, wo können wir interagieren? Hier. Schauen wir doch mal. Wir müssen hier zwölf Stück finden. Okay, dann schauen wir doch mal, ob er eine Art Hund oder sowas... Auf jeden Fall ein Tier. Ich schau mal, ob er den... Magi sind den Göttern verpflichtet. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Na, da haben wir schon den Löwen. Okay. Göttlicher Löwe. Sehr schön. Sternenbild göttlicher Löwe. Alles klar. Dann machen wir das auch schon mal. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Wollte ich hinten nochmal hinschauen zu der Ruine dort. Aber hier drin irgendwas schönes gibt. Hathor von Mefkart. Oh, die sind schon 14. Warum sind denn die so komisch? Okay. Okay, hier gibt es einen Schatz anscheinend. Der ist hier drüben, der andere. Der ist hier drüben, der andere. So. Und wir gehen nochmal hier unten rein. Ich glaube, hier könnte schon ein Schatz sein oder so. Ich glaube, hier bin ich. Ich glaube, hier drin. Das war's. 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 Das war's.